Guten Morgen, ich will ein Begrießer. Wieso das ist? Und warum? Oh Mann ey, ohne Witz. Oh, das sieht schon besser aus. Okay. Ja. Sorry, keine Ahnung warum das Scheißding jetzt gerade gemeint hat. Es muss abspacken. Das ist meine T-Shirts, die hängen alle irgendwie so. Ich hasse, wenn so ein T-Shirt so runterhängt, so yeah. Was geht? Klamidevoll, der Honk auf jeden Fall. Das ist Zelda, yeah, bitch. Oh. Total verpeilt heute. Ah. Gerade noch Gay-Frühstück kurz. Ein bisschen was, mit Kleinigkeit. Okay, ich scheiße nicht los von den Fingern. Okay. Jo. Halt, halt, halt. Genau, da waren wir ja gestern. Ja, da waren wir nämlich gestern. Und zwar... Genau, ja. Also das sind so die... Let's mir überlege. Aber normalerweise muss ich ja wieder zurück. Äh, richtig. Äh, das ist ein bisschen blöd gemacht hier. Naja. Alter. Hier darf ich glaube ich einen auch nicht sehen, gell? Warte mal, wenn sie jetzt nicht da ist und nicht da... Dann ist sie glaube ich da oben, oder? Ja, ja. Jetzt verwirr ich sie wahrscheinlich nicht die ganze Zeit. So, jetzt müsste ich sie im Endeffekt von hier unten, ähm, abknallen. If I can. Das war relativ knapp. Jetzt kann sie aber auch nirgends wo mehr hin. Muha! Oh. Felge, ihr Licht Tante hier Oh, relativ nah, aber hey, was soll's Das Leben am Limit Alter, wie viel Schläge braucht die, ey? Yeah Den brauchen wir Ähm, hm, genau Jetzt gehen wir einfach weiter und schauen wir mal, was uns noch hier so, äh, ja Boah, ich hasse das, ey Komischer Vogel Das Scheißding ist vor dir Das Kackding ist vor dir, immer noch Okay Haha So, aber Snell fertig So Jetzt sind's eigentlich nur noch zwei, weil Den haben wir ja jetzt Aber lasst euch nicht täuschen, meine Freunde Denn, äh, selbst wenn Ich bin Wow, das war jetzt grad total behindert Ich bin grad so schlecht, irgendwie Ähm Ja, das sind eigentlich so die Ja Ja Mini-Boss halt Kann man sagen Noch ein Schlag glaube ich und dann haben wir es geschafft Hilfe Und Noch ein Schlag, dann haben wir es geschafft Ja Keine Ahnung Fünf Stück oder so Wie Ja Vielleicht Vielleicht Ich hab den Kompass! Okay. Läuft bei Link. Treppe steigen like a boss. Äh, ich glaub das hier nicht so. Egal. Oh, seht ihr da? Ein Schloss. Oh, was haben wir? Einen Schlüssel. Oh. Willkommen rein hier. Ja, auch wieder ein bisschen aufpassen hier, weil da unten hat's ein Loch. Wenn wir halt nicht soft genug aufpassen, dann kann es sein, dass wir hier halt ein bisschen Oh, und uns fehlt ein Schlüssel. Also irgendwo Habe ich das Ganze jetzt grad verrafft? Einen Schlüssel mitzunehmen? Den haben wir aber allerdings gleich. Aha. Hm, da könnte er sein. Oder da. Oder da. Oder da. Nee, dann holen wir uns jetzt einfach mal kurz. Ja, ist halt ein bisschen... Warte mal. Ja, doch. Ja, doch. Genau, hier sind wir in dem großen Raum. Also sprich, den da. Dann müsste es im übernächsten praktisch dann ein Ding haben hier. Wobei, ähm, da es gut möglich sein kann, dass es der Master-Schlüssel ist. Wobei es ja auch nicht schlimm ist, wenn wir den jetzt haben sollen. Und zwar können wir noch nicht zum Boss. Aber ich habe das immer so hart gehasst hier. Weil, ähm, man halt immer bis zu einem gewissen Punkt kommt und dann halt irgendwie vielleicht, keine Ahnung, gerade total durch ist. Und sich dann denkt, wo ist denn da ein anderer Schlüssel? Scheiße, den empfinde ich ja gar nicht. Doch, laut. Kollegah. Hier, Kollegah, Kollegah. Äh, müsste es hier irgendwo einen Schlüssel haben? Also, laut Dings müsste hier irgendwie eine Truhe erscheinen. Erscheinen? Erscheinen die Truhe denn, wenn wir auf das Auge schießen? Nein, da richtet sich ja eigentlich der Korridor. Genau. Aber aus ir... Also, irgendwie müsste hier eine Truhe erscheinen. Now I know. Es gibt hier unten irgendwo auch so ein Auge. Wenn mich nicht alle Geister täuschen. Ne, halt, es gibt hier irgendwo eine andere... eine Truhe irgendwo hier. Ja. Das habe ich mir doch schon gedacht. Stimmt. Daran... Das habe ich noch gewusst. Irgendwie so halbwegs, dass es da noch was gibt. Bitte lass deinen Schlüssel sein und nicht irgendeinen Dreck. Okay. Also, es gab da eine Truhe, aber... War leider auch nicht die, die ich eigentlich gebraucht habe. Which is, äh, okay. Ups. Hm. Korridor müsste jetzt eben noch... so sein, weil ja... Und zur Folge ist dann... Boah. Also, wenn ich jetzt den Schlüssel bekomme... und dann das Viech von oben nicht backpacke, dann, äh... Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben. Keep moving, keep moving. Ähm, ich glaube wir müssen... da runter. Äh, ich glaube wir müssen eh diesen Weg hier einschlagen. Denn, äh... es gibt hier ein, äh... kleines, äh... Rätsel. Alter! Und dieses... müssen wir lösen. Also jetzt nicht, glaube ich, direkt hier. Ich denke schon mal, wir haben gesagt, dass du stinkst. Und so wie es aussieht, hat's hier eine Truhe. Oh, le Hand! Oh, le... le Trois-Mini-Hunt. Oh, le Trois-Mini-Hunt. Oh, le kleine Kiste. Eventuell... ist da was drin. Gott sei Dank. Da haben wir den Schlüssel. Da müssen wir nicht... eee-wieg weiter suchen, sondern können eigentlich dann, äh... theoretisch... gleich hier weitermachen. Genau. Und wir sind jetzt wieder da, wo wir am Anfang... Na gut, ja. Ist eh blöd. Jo. Das passt schon. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch hoch. Also nochmal da hin. Dann den, ähm... dieses Auge, also den Korridor wieder krumm schießen. Durchlaufen, ganz normal. Bis zur Tür. Hier rein. Weiter. Ein anderes komisches Viech. Bla, bla. Das machen wir jetzt auch. Also sollte nicht... allzu lange dauern. Ich muss gucken, dass ich lauter spreche, denn... mir wurde gesagt, ich solle etwas lauter sprechen. Ich hoffe jetzt nicht, dass es... zu laut ist, ja. Sonst muss ich die ganze Sache hier nochmal... überdenken. aber... ich glaube schon, dass es eigentlich ganz... okay... sein wird von der Lautstärke her. Das war jetzt zu weit. Autsch. Das war voll unnötig, was ich gerade gemacht habe. Das schickt dein Übel, Alter, ohne Witz. Ah, die ganze... Verdrehungsapparatur hier. So, und da hatten wir uns einen Feenbogen her. Nächste Tempel wird auch ganz witzig. Das ist eigentlich auch nicht so schlimm. Vom... Typ her. Ich weiß jetzt nicht genau... Also wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt, schreibt einfach bitte rein, was eure... Lieblingstempel sind und eure... Ja, mehr oder weniger... Tempels, die ihr nicht so wirklich... Ja... mögt. Denn, ähm... Mein Tempel... oder mein Lieblingstempel sind eigentlich mehr oder weniger fast alle, außer der Wassertempel. Der ist der Tempel, den ich nicht mag. Einfach aus dem... Grund... Oh, ja, komm. Also wenn ich jetzt verkack... Genau. Ähm... Ja, keine Ahnung. Ich... Der ist ja einfach zu... Komisch halt irgendwie vom Ding her. Der ist auch ganz nett. Der ist sehr schön gemacht auf jeden Fall. Und, ähm... Ja. Aber... So... Das mir auch ganz so geht. Das ist mehr oder weniger... The Introduction... To the... Feuerpfeil. Gucken wir mal das Ding etwa... In drei... Und... Wow. In Reih und Glied stehen. Was wir rum sind, können wir noch kurz einen dampfen. Das war jetzt auch nicht so die Meisterleistung, aber es war okay. So, damit haben wir jetzt im Endeffekt... Diesen Korridor krumm geballert... Und können dann eben hier... Link! Hau ab! 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 Ich bin ja jetzt eigentlich wieder da, wo ich war. Richtig. Ich muss jetzt eigentlich runter. Genau. Ich war jetzt total verwirrt. Und bevor ich lieber... Also bevor ich irgendwo runterfall, wo ich gar nicht runter muss... Genau. Ah, guck mal, pass auf, die Decke fällt herab. Ja. Oh, das. Kackviech, Alter. Machen wir es einfach so, warte mal. Den können wir erledigen. Den können wir halt irgendwie schon mal... Und da. So. Und schon gibt es hier keinen Stress. Ich dachte schon, das war etwas eng, aber war es nicht. Genau. Hier ist jetzt auch was Witziges. Wow, das ist aber eigentlich relativ einfach, diesmal. Hier ist jetzt noch so, warte mal. Wie ist es, wie es hier ist? Wie ist es? 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 Wie ist es, wie ist es? Oh Link, schieb die Scheiße einfach davor. Das war knapp, aber nicht unmöglich, sagen wir es mal so. Das war's für heute. und nur los gibt den geist auf jetzt Perfekt. So, die haben wir auch erledigt. Genau. Im Endeffekt gibt es jetzt wieder einen Cut und es geht beim nächsten Mal einfach weiter. Also ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Dann geht es zum letzten Ehrlich und im Endeffekt dann auch zum Endboss in diesem Tempel. Ich mache jetzt auch wieder ein ein, 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 äh, ja. Safe State und so weiter. Und genau. Ich freue mich einfach, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt sauber und macht keinen Scheiß. Wie immer, ja. Üblich. Standard bei mir. Genau, wenn irgendwas ist, schreibt es bitte in die Kommentare. Meldet euch zu Wort. Gebt irgendwas von euch los, wenn irgendwas sein sollte. Ich bin für alles offen bereit und, keine Ahnung, wenn ihr irgendwas machen mag, äh, schreibt es einfach. Ich, ich bin auch offen, wie soll ich sagen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn, wenn man irgendwie mal so eine kleine, äh, Kollaboration machen könnte oder so was. Das wäre für mich wirklich was richtig Nices, ja. Ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Dann.